ja oder so mal wieder bei der nächsten runde mw3 diesmal auf da oben da kann man wieder ein bisschen humsprayen da wie oft so viele maps warum gefällt mir in der regler nicht mal ganz gut und seine man hat irgendwie so einen blöden heckhaul da drin jetzt gehen wir wieder den ersten kill ab wie immer würde ich auch sagen sage ich doch naja ob ich jetzt noch lebe ist fraglich natürlich nicht ich meine ist klar ja super super toll super klasse bis kriegen wir es noch ganz raus unsere aufklärung da war kommt der ist ja noch ist ihm noch zu helfen oder so wahrscheinlich eher weniger ja das ist natürlich wenn man danach lädt ein bisschen doof gelaufen also ich glaube warte mal da guck jetzt mal an hey der ist doch ein botter oder ja macht echt spaß hurensohn schreiben wir dann einfach nur mitleidenswert schön schön ja verpiste ich jetzt aus der lobby wie kann man nicht jemanden melden verpiste ich junge wo er bleibt drinnen ich krieg einer gruppe ich mein gott ja das ist doch schon besser das ist doch schon besser schnubbeldiwubbeldihoop naja also so richtig verstehen tu ich es ja nicht dann wenn die leute da anfangen mir so blöde rumzuhecken und aimbots zu benutzen und so ähm, weil ehrlich, das ist also ich frage mich da, wie denen das da Spaß machen kann weil die müssen ja eigentlich nur da laufen und dann vom Ausdrücken, so naja, muss jeder selber für sich wissen, ne auf welchem Niveau er sich da begibt und in seinem Fall wohl auf welches Niveau er sich da herablässt ne wenn er da Spaß dran hat, soll er machen finde ich herrlich ich mach das nicht Starter danach gehen wir aber sterben jetzt, normalerweise sag ich doch wie gewohnt, wie gehabt, wie gewollt nochmal sterben oder auch nicht also hier glaube ich ja eigentlich mal ungern weil ich weiß, dass da einer steht und dann schon auf mich wartet hat er diesmal auch gemacht hat nur nicht geklappt hier ist auch immer blöd weil hier ja quasi so eine Kreuzung ist Aua Aua, nee, schaun aber wo wir ballern Gesicht denn hier wie wilden da wollen wir auch hin Toll 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 Boah Bro, Bro, Bro das kann doch nicht wahr sein was soll denn so weit warum immer mit dem Nachladen so, immer die Kacke mit dem Nachladen immer die Kacke mit dem Campen so hier immer die Kacke mit dem Mann der da so rumrennt immer so die Position die ich dann so nicht schraff wo die da stehen das ist natürlich was so ist das da machst du nix lass mal den Mitchell auch mal nachladen danke jetzt kann er mich töten jetzt könnte er hallo ihr könnt mich jetzt töten ich hab jetzt nachgeladen kommt jetzt einer ok, der kommt in eine andere Richtung ja, ich hätte einfach durchballern können aber ich hab's irgendwie in dem Moment nicht so wirklich gerafft ja, ich hab's hier die Post ab, ne? eigentliche Luftbodenrakete online und tschüss da ist nix mit rumliegen hat er denn hier auf gar nix mehr oder wat? ja, irgendwie fühle ich mich gerade sehr unwohl ja 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 Pooooooooooooooooooool Aufklärungsdrohne bereit. Aufklärungsdrohne online. Aufklärungsdrohne gesichtet. Passieren Sachen. Da halten wir uns raus. Ich habe nur gesagt, ich will mich da raushalten. Und was macht der Mitchell? Er mischt sich trotzdem wieder einander. Und dann, was passiert dann? Dann sterben wir rein. Sterben wir einfach. Hä? Da ist er. Fräulein. Fräulein, auf! Nein! Hä? Okay, ich war doch schlechter als ich angenommen habe. Wo geht er eigentlich? Also mit den Stats ist er auf Platz 4. Also die Jörner sind ja wohl gut abgegangen. Wieder einer am Hecken oder was? Das hat gar nicht mitgekriegt. So oft bin ich ihm scheinbar gar nicht begegnet. Na, was soll's? So, was haben wir denn jetzt hier? So, ich wollte ja auch mal hier mal... So, jetzt gehen wir mal raus hier. Hä? Wie viel ist? Und jetzt, äh... Wollte ich euch ja hier mal... Oder sollte ich euch mal hier meine Quartiere zeigen? Ne? Ja, schlecht wie angenommen. Könnt ihr euch ja angucken hier. Immerhin sind wir mit der AT-Quote über 1 und nicht unter. Ähm, Herausforderung ist natürlich so eine Sache, weil ich ja jetzt quasi, äh, äh... Ja, ja, wenn ich nur quasi, weil ich ja jetzt Prestige schon habe. Jetzt weiß ich nicht, ob die da schon... Ob die dann quasi zurück... Okay, tägliche macht ja eh keinen Sinn. Ob die da quasi zurückgesetzt sind. Ich glaube ja doch... Ja, weil ich glaube, die hatte ich nämlich dann teilweise schon. Na, natürlich. Denke ich mal. Also, dat hatte ich ja wohl auf jeden Fall. Wer macht denn so eine Kacke? Mit Thermalvisier PP90. Ja, okay, dat würde ja noch einigermaßen gehen. Aber dat ist zum Beispiel ja auch schon wieder voll für den Arsch. Dat ist ja auch voll für den Arsch. Dat geht. Ich glaube, dat können wir ja im Prinzip auch noch machen. Wat gibt's denn noch? Man sieht schon, wat ich hauptsächlich gespielt hab. Sturmgewehre. Hier haben wir bei der ACR noch ein bisschen was drin. Da haben wir jetzt aber auch nicht allzu viel mitgespielt. Wat haben wir denn hier? 204 Gegner haben wir damit getötet. Maschinenpistolen haben wir mit der PP90 schon ein paar mehr, wa? 1442. Ah, dat sind ein paar mehr. Na gut. Jetzt habt ihr dat so ein bisschen hier gesehen. Ich weiß nicht, was man jetzt hier noch zeigen könnte. Extras. Keine Ahnung. Plünderer. Haben wir auch schon ein paar mal gehabt. Extras. 3. Ja gut. Ihr könnt ja vielleicht in die Kommentare mal schreiben, wat ich euch hier irgendwie noch zeigen soll oder so. Grundausbildung. Schauen wir den her. Ist ja alles relativ besser. Stützen sie 30 Fuß. Oder gut. Das können wir natürlich auch einfach nochmal machen. Ja, das werden wir wohl nicht machen. Also, das ist kein Bock auf Statschützen. Also, ich schreibe ja so oft auch, ja, geh mal snipeln, geh mal snipern. So, ne, ey. Also, ich kann ein paar Sachen machen so, aber Snipe-Pan habe ich echt keinen Bock drauf. Auszeichnungen. Oha. Oha. Geheim. Das ist alles geheim. Gut. Egal. Dann würde ich sagen, an der Stelle wieder vielen Dank fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Tschüss.